Hallo Schatzi! Du siehst richtig hübsch aus. Nur dein Dad macht mir da hinten ein bisschen Angst. So, was haben wir jetzt? Hochzeit, Alter 21. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik wird jetzt noch nicht so einladen. Oh, alle sind gekommen, die Oma, die kenne ich nicht, die Katze. Hallo! Oh, ich habe dich fast nicht reden hören. Wer bist du jetzt? Oh, Dad! Ein Schalldämpfer? Alter, das ist ein spezielles... wirklich spezielles... Oh, das Geschenk. Vielen, vielen Dank, Dad! Der Rest des Lebens beginnt hier. Du wirst arbeiten mit einem seelschrössenden Job. Nein, nein, nein! Komm nach Hause zu einer Familie, die dich nicht verreichtert. Und, du guckst, Follard... Hat jemand vergessen, die Kerzen anzuzünden? So muss man sogar bei seiner eigenen Hochzeit sich noch um alles kümmern. Also, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen... Okay. Okay. Come on, pull yourself out of the way. Komponence is key. Oh, I think it's almost time for Taylor to arrive. Oh, my God, what is that noise? The organ flower is... Is that old Hank? Do you really want Taylor to walk down the aisle, tell him this? So... Also, das ist jetzt mein großer Moment. Mittlerweile schon das... Das zweite Mal. Ich... Ich hör dich nicht. Ach, ist das nice. Hallo, Schatzi. Du siehst richtig hübsch aus. Nur, dein Dad macht mir da hinten ein bisschen Angst. Ich muss irgendwie lachen. Allein bei diesem Lächeln. Ich fühle mich so glücklich. Das ist nicht zu glücklich. Willst du dich auch glücklich? Natürlich. Du lächelst ja. 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 Klapphallen? Yes, auf das habe ich wirklich den ganzen Tag nehmen, was habe ich denn 21 Jahre lang gewartet? Aber jetzt, wenn ich richtig fett Knitte bekommen, 83,55 Dollar, das heißt, ich bin wieder im Plus. Da muss man sogar noch aufpassen, dass einem jemand nicht die rüberweg ballert. Ja, jetzt sind wir verheiratet, ich muss natürlich wieder auf meine Standardwaffen umwechseln, aber kein Problem. Okay, also. Okay. Jo. Okay, also muss man da auf. Oh. So. Oh Gott, nochmal, stinkende Scheiße. Okay. Komm schon. Wann treffe ich da so gut wie fast gar nicht? Also. 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 Ich glaube, ich werde diese Waffe generell hernehmen. Oh shit. Verdammt. So. Okay. Da kommt wieder so eine Ratte. Shit. Alter, da bin ich immer viel zu. Okay. Was haben wir hier? Donut, Hotdog, Burger, Coffee. Okay, ich will den. Okay, jetzt kann ich noch einen Donut essen. Ne, einen Coffee. Und. Was nehmen wir noch? Einen Donut. Ha. Alter, ich kann sogar noch mehr nehmen. Einen Burger noch dazu. Hey. Ihr passt sich schon wieder vorbei. So ein scheiß Alter. Alter, jetzt wird es stressig. Ja, Alter, ich treffe nicht mehr. Es ist kein ganz guter Mensch. Wie auch dich selbst. Du willst nichts mehr als GOLEs. Und das ist sehr sicher. Und fühlst dich sicher. Remember, die Skrumpel nicht so weit. also ich glaube bis jetzt ist mir noch gar keine ratte in meinen ofen rein ok ich habe mir wirklich versucht mein bestes zu geben aber ok 20 dollar sind wir mal zufrieden und solange wir im plus sind guck dir mal an wie der boden hier aussieht alter verwalter die busfrau wird sich freuen oh first baby alter 22 ok für was ist das jetzt muss ich das nee hallo schätzchen ich bin zu hause für euch zu erst beer oh dieses delicious golden beverage has several health benefits including being echt nice now crack it open and have a swig ah patriot ready beers are blued with love and triple amounts of patriot juice extracted fresh from the deep mines of wisconsin you won't find a beer as delicious as this anywhere else in the world we can 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 the the garbage bin in the corner get the can into it Yeah in the corner right yeah there is something to do in the corner I don't have any thirst mehr. Nee, jetzt muss ich die ganze Zeit saufen oder was? Hallo, Schätzchen, wie geht's dir? Bauch, alles okay? Bier? Oh, oh, nee, Spaß bei Seite. Oh, da ist so ein Bierzapfsöl hätte ich auch können. Das ist langweilig. Oh, shit. Ja, vor allem, weil, ähm. Was kommt da her? Ist der geflogen? Ah, komm schon! Nein, 1, 1. Das habe ich ja gewählt. Scheiß Telefonier. Sicher zu viel Bier getrunken. Und hier sind sie, der Ambulanz-Service, viel wie deine Schäden, kann immer aufzunehmen, um dich vorzunehmen, in Zeiten von Nehmen zu nehmen. Wir sind jetzt im Coak-Hospital, wo die liebsten Doktor und Nürzeren helfen, dass ihr ihr schönes Kind verbreitet wird. Alter Schwede, ist das normal? Ich habe immer noch mal eine Bierdose bei mir. Aber die ist leer. Ja. Also wenn ich das jetzt nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde, dann würde ich den Scheiß nie glauben. Das gehört sich ja überhaupt nicht. Oh, warte mal hinten. Ist wieder so ein Zusatzteil. Keine Ahnung, was das genau bringt, aber... Ich schätze, ich wäre jetzt so gerne bei dir. Oh, guck mal den Strand. Oh. Oh. Ja, der raucht auch. Was ist denn das für eine Scheiße? Muss ich denn den Klaps auf den Popo geben? Komm her. Komm her. Oh, mein Junge. Komm her. Zu Teddy. Komm her. Und wie geht es bei einer Frau? Oh, genau. Und wie ist denn das für eine Frau? Eine Frau? Eine Frau? Eine Frau? Eine Frau? Was sollten wir sie nennen? Und wenn man dann zwei Kinder hat, heißt das zweite dann bang bang. Und das dritte dann bang bang bang. Okay, jetzt wird wieder Geld abgezogen, aber überhaupt kein Problem. So. Also das ist schon wirklich eine ganz krasse Hommage. Ich wette, ich wette, Garden Age 23. Wie viele von den Indoor-Cursen, wie die Pferde und die Pferde, ist es für euch, um deine Fäine zu schrauben mit den Garten. In vielen Fällen, dieser Garten könnte sich als eine Allegöre für unser Land. Es ist großartig, sehr inspirierend und ein Haus zu vielen schönen Dingen. Die verschiedenen Pläne repräsentieren die Varieté der Bürger, die sie sich nennen, als Home. Einige guter und andere schlecht. Die guten Pläne repräsentieren die innozenten, law-abiding, freiwilligen Massagen. Dann sind es die schlechten Pläne. Sie sehen sie als Parasite, Willens, Küche, Kommunisten und Juden. Das ist wohl genau das gleiche. Und dann gibt es noch die Patriots. Also die Pferde-Rooten. Ah, da hinten ist auch noch eins. Komm, bitte das mal rein. Okay, verpisst euch. Das sind Trosen. Alter Schwede, ich kann hier auch Hecken schneiden. Das machen wir natürlich auch gleich. Das machen wir natürlich auch gleich. Wer hätte gedacht, dass Gartenarbeit doch so stressig sein kann? So, die Hecken haben wir ja mal gestützt, äh, gestützt. Ich möchte nämlich... Ja, ich würde dir... Ich bin echt schade. Ach so funktioniert das. Hey, buddy. Können wir einen kleinen Sippe-Sippe-Watt über hier? Oh, boy. Ich bin bereit für mich. Ah. Hey, buddy. Können wir einen kleinen Sippe-Sippe-Watt über hier? Oh, ja. Oh, ja. Ja, was ist das? Oh, bei der Nachmittag? Herr Schäubert, ich würde nicht die Flamme nicht zerstören, mit einem schönen Schritt auf die Herhme. Ja. Unsere, hohe und tief und damit zu sch recten. Warte mal. Oh, shit. Da hinten hatte ich auch noch eins versteckt. Unfall. 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 Oh, oh. Schäubert! Du Fähre, der da hinten verhängt, die sind immer wieder zu unterhalb. Oh, oh. Die Wolke... also als ob sie einen Regenorgasmus hätte. So macht man den Garten fertig. Let's get the Garten into tip-top shape. Get those hedges tall and even. Take care of those flowers and make sure the lawn doesn't get overrun by weeds. Ach so, jetzt checke ich's. Ich bin sowas von doof. Ich muss die Hecke so schneiden. Scheißen, Drecker. Hey! Okay. Ich hab das Problem, dass... Nee, nicht da oben! Hm. Also das, was mich hier jetzt schon ein bisschen nervt. Das ist, ähm... Ah, fuck, fuck it. Hallo. Das ist so ein bisschen die ungenaue... Was ist hier? Okay. oh god Yes, baby! Nein! Ich treffe den nicht. Ich kann den nicht treffen. Was ist denn da los? Was war das jetzt? Ich denke, es ist es zu uns. Stopp die rote Basterde von uns zu nehmen. Defend die Pfeil, bis die Zeit auskommt. Dieser Scheißwogel macht meine Hecke kaputt. Und wer scheißt mir hier in meinen Garten rein? Komm schon, du doofer Vogel. Schatz, es könnte vielleicht sein, dass irgendwelche Projektile jetzt im Kuchen sind. Also ich glaube, Tierschützer würden uns nicht lieben. Oh, Pfeil. Mit ins Gesicht. Abknallen. Weg damit hier, du doofer Vogel. Das ist nichts für dich? Komm schon, Magazin. 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 Also ich verdammten Scheißbügler. Also ihr wisst schon. Weg damit, der Kacke. Puh, das war jetzt richtig anstrengend. So, an dieser Stelle würde ich aber sagen, wenn mir auch dieses Let's-Play-Metz nicht zu lang wird. Und ich hoffe, es hat euch allen gefallen.